und herzlich willkommen zu lego harry potter zum dritten jahr und wir fangen auch direkt an wenn ich mein so jetzt habe ich laut genug wir fangen mit dem dritten jahren mal gespannt wo es es geht zuerst wo es anfängt du 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 Oh Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh nein, dieses Poß ist so heftig. Okay, das 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 ist so heftig. Okay. Okay, das ist so heftig. drauf. Gut, das ist ein bisschen schwer hier. Oder ich bin gerade zu... Warte, da sind ja die von der Kiste runtergegangen. Aha. Hier kann man was zusammenbauen. Könnt man sagen, da kann man hier so hoch. Das ist auch nicht. Ah. Und da sind wir oben. Wie möglich gesehen, können wir da hingehen. Oder auch hier. Oh, da ist noch was. Äh. Hallo, Grobian. Ei, ei. Betreut doch. Das sieht aus wie ein Kessel. Gut, da können wir erst mal das Zeug da rein tun. Wo habe ich denn? Das eine da hingetan. Ach, das habe ich noch in der Hand. Äh, rein damit. Danke. Und dann halt noch das andere. Und das andere müsste dann noch links irgendwo sein. Und dann gibt es... Und dann... Mal schauen. Äh, 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 äh. Ich war sehr gespannt, wie die dünne Toren hier aussehen. Und da ist das Zeugnötal, das wir brauchen anscheinend. Für was wissen wir noch nicht. Und zack, rein. Und drinken, Hermina. Super Hermina hat die Kälte in der Tasche und sieht aus wie Hulk Hogan. Ah, da fügt das... der letzte Waggon dazu. Da können wir rein. Perfekt. Und tschüss. Oh, jetzt haben wir mal Gong. Erstmal... Da wird auch gerade ein Typ. Ah, geht los, Superfrau. Hier, ein Lolli für dich. Und weg mit dir. Oh, jetzt ist er frei. Hier können wir Gepäckchen wegtun. Du musst ja ein bisschen ortig sein im Zug. Und hier sind irgendwie so komische Lampen. Oder was ist das? Lampen? Ach, diese... äh... Braudinga... Mistdinga... Hier können wir nicht rein. Hier, ein Lolli für dich. Junge Frau. Gute alte Zuck-Süchigkeit-Warenfrau. Kann man auch nicht so viel machen. Warum willst du denn hier so viel leben? Das gefällt mir nicht. Äh... Ah, der Schlüssel. Für... Äh, der Schlüssel. Der Schlüssel. Bleib doch bei mir. Der Schlüssel. Hallo, Professor Lupin. Oh mein Gott, Harry ist weg. Professor Lupin kennt ein Zauberstück, der die Dementoren besiegen kann. Natürlich kennt er ihn. Äh... Der hier? Von Tonus! Oh yeah! Es ist so kalt! Ach so! Verstehe, weil der, ähm... Wehrwolf ist, aber da können wir gar nicht lachen. Ich probiziere irgendwas. Was? Da raus, ne? Da ist zu? Da müsste Harry irgendwo hier sein. Harry? Oh nein, hier ist ein Demondor. Lupin! Los! Rotoros! Hier ist nix. Aber so schön so... Ich dachte, das leuchtet so lila. Da ist nix drin. Dann! Oh, wie schön! Wie von Zauberhand gibt's Punkte! Boah, hier ist hier voll. Äh... Hä? Aha! Äh, Professor! Wo können sie rein? Wenn das gehen würde. Ja, mein ich doch. Erwin, der Sonnenschein... Äh, ja. Der Mondschein weg. Da können wir dann sofort da rein. Ein Howie-Fan! Hallo, Howie? Slim Rowan-Kiste! Ei, ei, ei! Böse-Slamo-Fans! Oh, Goddard! Hier kann Kretze rein. Alle am Slapen wissen... Es ist... Kretze, Lü! Du schestes! Oh! 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 Und hier kann ich was nehmen. Jetzt ein griner Schlüssel. Und welche grün ist durch die Kunde, ja? Jetzt sind da... Dann ist alles eingefahren, dann können wir langen und dann zack! Da haben wir wieder so ein Händchen. Warum weiß man jetzt hier überhaupt nicht wissen? Das ist mein Wernier von. So! Oh, sehr! Oh ja, eine böse Kiste! Okay, okay. Hier kann man ein Geheimnis machen. Ein Geheimnis! Ein Geheimnis! Mit Hermine! Nur Hermine kann sowas. Guck mal, der Lupo, der packt da rum Oi, oi, oi Wir bauen jetzt einen gigantischen Kiste Hermine, guck mal, wie Hermine das macht Das ist voll speedy, Konzertis Hat der Lupo länger gebraucht Äh, da dran Oi, 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 oi Ich hab hier schon voll erschrocken Geh doch dran So Ho, ho, jo Übertreib Nein, lass, Harry Nein, die wollen uns besiegeln Lass, oh, oh Dann gesehen so, flieken gegen die Wand Und dann sagt Harry Was geht ab? Schokolade in XXL Form Oh, yeah, level up Oh, oh, yeah, level up Geschenk Ach, 200 FPS Wow Oh, ja, das ist voll böse Hm, ha, ha Hm, ha Hallo Hm, hm, hey Hm, 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 hm So, aber ich würde mal sagen Das war Part Nummer 18 Von Lego Harry Potter Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Das war Part Nummer 19